Wie Sie bereits aus den Medien mitbekommen haben, hat es hier einen Sensationsfund gegeben. Es wurde ein Liederheft aus der Neandertaler Zeit gefunden und dank von Frau Dr. Weber vom Bundessprachenamt, sie hat das rekonstruieren können und wir haben uns beide darauf vorbereitet, Ihnen das jetzt mal einmal vorzuführen, diese Sensation. Ja, hier habe ich es. Sehen Sie mal. So. 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 Musik Musik